Die Leute, die fragen sich ja immer, wie ich mich ernähre und so, aber eigentlich bin ich übelst der crazy motherfucker, wenn es um die Ernährung geht. Weil viele Jahre in meinem Leben war ich sehr strikt und hab nur hundertprozentig nach Plan gegessen. Aber irgendwann hab ich dann so für mich rausgefunden, wenn du immer nur nach Plan isst, dann wirst du irgendwie assoziaten. Ich saß da bei der Hochzeit von meiner Schwester und hab da meine Tupperschüsseln dabei und so. Und dann irgendwann hab ich so realisiert, so fuck, willst du noch leben, willst du nur Fitness machen, willst du Balance in deinem Leben haben? Und dann hab ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und gesagt, ich muss schauen, wie ich flexibel essen kann. Dass ich schaue, wie viel verbrenne ich am Tag, wie viel Kalorien brauche ich am Tag, was taugt mir gut, wie ist mein Hungergefühl, wie ist mein Mut. Weißt du, deine Emotionen, die steuern dich ja auch ganz sehr, wie dein Essen oder dein Hunger und so ist. Und dann hab ich mich da einfach selber studiert, studiert, studiert und so halt herausgefunden, wie es für mich am besten funktioniert, dass ich flexibel essen kann. Somit esse ich immer alles, was ich will. Die letzten paar Wochen hab ich übelst viel M&M-Schokolade gegessen. Das ist kein gutes Vorbild. Wir sagen jetzt nicht, dass es healthy ist, weil healthy ist ja wieder was anderes, aber ist es dann auch healthy, wenn du dich so strikt knebelst und so, weißt du, was ich meine? Du brauchst einen verfickten Mittelweg, weil ansonsten machst du dich kaputt. Ich sehe diese stumpfen Bodybuilder und so, die haben halt dann einfach kein Privatleben mehr, weißt du? Ich hab eine Freundin, mit der will ich zum Essen gehen und so weiter. Ich will ja auch mal mit einem Kollegen spontan rausgehen und sagen, ey, haben wir das? Aber dann bist du so, oh mein Gott, ich kann nicht, ich esse nur noch planen. Wenn jetzt zum Beispiel hier hinter der Kamera hockt der Momo, der ist auf einer Weightloss Journey und der will ja richtig pushen, der fastet jetzt wieder. Das hab ich auch extrem lange gemacht. Also ich bin auch ein großer Fan vom Fasting, weil beispielsweise, ich will nur 3000 Kalorien essen am Tag oder 2500. Und wenn ich jetzt den ganzen Tag esse, dann hab ich ab 17 Uhr bin ich schon bei 1500 Kalorien. Dann hab ich am Ende meine letzte Mahlzeit mit 500 Kalorien oder so. Und ich bin halt jemand, ich esse gern viel. Bis ich halt einfach satt bin und nichts mehr will. Und das kann ich am besten machen, wenn ich intermittierendes Fasting mach. Dann kannst du halt auch wieder flexibel essen und du musst ja eigentlich nur tracken. Also ich hab viele Jahre in meinem Leben, hab ich MyFitnessPoll, heißt diese scheiße App, hab ich das alles getrackt. Und dann hab ich das am Start, dann weiß ich, wie viel hab ich gegessen, von was hab ich gegessen. Und so hab ich halt auch mir Wissen aufgebaut über lange Zeit, was, wie viele Kalorien hat oder so. Keine Ahnung, irgendwie eine Banane, so 120 Kalorien oder so, 30 Gramm Carbs und so, weißt du, ich mein, also dass du einfach so mit der Zeit lernst du, was du isst. Und somit kannst du es dir halt dann im Kopf ausrechnen. Die Sache ist die, jetzt kommt's, wenn du dich flexibel ernährst, so wie ich, dann ist dein Progress halt nicht so, sondern der ist mehr so. Also von dem her ist dein Progress vielleicht langsamer, wenn du es flexibel machst, aber was ist angenehmer für dich, weißt du, was ich meine? Es ist alles kein Sprint, diese ganze Geschichte ist ein Marathon. Und du musst es für dein Leben halt lernen und du musst es auch als Lifestyle einfach machen. Weil nur dann kannst du das langfristig auch durchhalten, ansonsten wirst du immer wieder rückfällig. Leute, die machen irgendwelche krassen Diäten und so und danach gingen sie das ganze Weight wieder weg. Weil du nimmst nämlich eine Methode her, das musst du dir mal sagen, eine Methode, das ist eine spezielle Technik, zum Beispiel Intermittent Fasting und so. Ich habe einen Kollegen der Nacht gehört, so eine Technik, der isst nur 1200 Kalorien am Tag, der hat 180 Kilo gehabt, der ist jetzt bei 130, ist aber ein riesen Ommel. Der nimmt jetzt diese Technik her, der hat das schon mal gemacht und dann hat er das ganze Weight wieder zurückgegained. Wenn du so irgendwann mal übergewichtig wirst und obese, dann hast du ja irgendein Problem. Jetzt, wenn du dir das nicht aberziehst mit der Zeit und Wissen über Ernährung und diese ganzen Techniken her, also wie für dich funktioniert, dann ist es schnell, dass das ganze Gewicht wieder zurückgegibt. Wenn du jetzt einfach nur einen Nahrungsplan verfolgst, dann sagst du dir ja selber, okay, ich schalte mein Hirn aus, ich esse das und es funktioniert. Aber wenn du dann wieder aufhörst damit, dann bist du wieder verloren. Und deswegen habe ich mir so gelernt über die Jahre mit diesem MyFitnessPoll und dann sagst du mir, ich habe keine Zeit, du bist nervig und so, Alter, halt den Mund. Hast du dir schon mal überlegt, während du isst, könntest du essen und dann kannst du dir dein Handy hinstellen und dann sagst du, okay, ich habe jetzt hier 150 Gramm Reis. Mit einer Hand esse ich so, mit der anderen schaue ich ihn vorne an. Und dann schaue ich euch jetzt einfach ficken vorne an, sondern gebe ich halt mein Essen ein. Verstehst du? Und somit sind alle Probleme geklärt. Also du bist einfach immer einfach am Ausreden zu erfinden, Bro. Und jetzt hörst du halt einfach mal auf mit diesen Aufreden und ziehst durch. Weil, ich habe auch eins gelernt, du kannst nicht auf jemanden anders hoffen und so. Du musst es selber durchziehen. Du musst es starten, Bro. Du musst die Motivation entwickeln, weil wenn ich dich jetzt motivieren will, dann bringt das alles nichts. Progress ist der beste Motivator. Was ist die beste Diätmethode? Die beste Diätmethode ist das, dass du dich studierst, deinen Körper studierst, was auch funktioniert für dich. Leute haben auch Lebensmittelunverträglichkeiten. Also nur weil ich hier die ganze Zeit Reis, Hähnchen und Brokkoli ist, weil das für mich funktioniert, heißt das nicht, dass es für dich funktioniert. Versuch verschiedenste Dinge aus. Ich sage immer, versuch ganz viel aus und dann finde das Richtige für dich heraus und dann bohrst du da weiter rein. Aber das Allerwichtigste ist, lerne deinen Körper kennen, genauso wie du auch im Gym deine Muskeln kennenlernst und wie du trainierst. Das ist eine lange Journey, like I said. Desto längerfristig du das machen kannst, desto safer werden deine Erfolge und desto stabiler wird das alles und desto langfristiger siehst du auch gut aus. Weil ich sage, Bodybuilder, die sind teilweise fertig mit der Welt, die gehen übelst in Shape, dann werden die wieder fett, dann wieder in Shape, wieder fett. Ich bin relativ in Shape immer und die Leute fragen sich, wie macht er das? Der nimmt da so ein Hardcore-Steroide, der Typ. Ich zeige dir jetzt hier, ich zeige dir hier schnell mein Blutbild, dass ich erst letztens meinen scheiß Testo-Wert wieder checken habe lassen. Schau, da kannst du jetzt hier, wenn man das erkennen kann, sehen, das ist sogar noch in der Range, dicke, dass mein Testo bei 600 oder bei 6,4 oder irgend sowas ist. Jetzt wäre ich hier nach Papier natural. Natural? Also wo willst du mir denn erzählen, dass ich viel ballern würde? Ich nehme THT-Dosis Testo, etc. Und wenn du nichts nimmst, kannst du genauso die Diäterfolge erzielen. Die Leute, die machen immer die Aussehen, die sagen, ja, nee, die nehmen alle die und die Steroide, deswegen sehen die so aus. Ja, aber jeder kann in Shape kommen. Earn your food. Verdien dir doch einfach dein Essen. Also dann kannst du auch eigentlich gar nicht fett werden, verstehst du? Weil wenn du dir die ganze Zeit einfach Gedanken machst, dass du sagst, okay, ich muss jetzt erst Kalorien verbrennen, dann kann ich sie essen. Oder du isst sie erst und verbrennst sie dann, verstehst du? Aber die Leute, die sind so behindert, die essen, verbrennen nichts, essen wieder, die verdienen sich ihr Essen nicht, sondern die enjoyen einfach ihr Leben. Und dann ist das Problem, schau, ich trinke jetzt hier so einen Shake, der ist übelstättigend. Protein House, by the way, wenn du jemals in Dubai bist und so, komm hier vorbei. Bester Food Service. Der ist übelstättigend, hat, glaube ich, 60 Kalorien. Jetzt ertrink ich den, der sättigt mich lange, somit komme ich wieder in den Trang. Also es ist immer, wie du es machst, verstehst du, was ich meine? Ich habe jetzt so einen Kollegen, der macht so DNA-Tests und der würde dir genau herausfinden, dass er sagt, schau, du bist halt, deine DNA und dein Body, der isst nicht so gut mit Carbs. Jordan Peterson, der isst Carnivore, der isst nur Beef und der sagt auch, das ist die beste Diät für ihn, er ist am fittesten im Kopf und so weiter. Es gibt so viele Diätformen, aber nur, weil das für den funktioniert, heißt das nicht, dass es für mich funktioniert. Aber am Ende des Tages auch wieder, um nochmal das zu erwähnen, verdient dir dein Essen. Denk mal in deinem Leben langsam mal dran, dass alles, was du machst, könntest du dir quasi auch in der Hinsicht verdienen. Du willst erfolgreich werden, dann musst du halt auch was dafür tun. Du willst X haben, dann musst du auch irgendwas dafür tun. Ich möchte die Pizza essen, also muss ich auch die Kalorien verbrennen, wenn ich in Form bleiben will. Wenn du einen Fick gibst, ja, dann gibst du halt einen Fick. Dann ist mir auch scheißegal, was du machst. Also von dem her, shut the fuck up mit deinen Ausreden, Bro. Und sei endlich ein Macher in deinem Leben. Weißt du, wie ich meine? Mach dich selber stolz endlich, verdammt nochmal. Adios, amigos. Und chicas auf los.